Yo Leute, was geht ab? Ich bin heute wieder am Start! Say! Also say am Start! Leute! Meine Freunde! Ich bin bereit! Heute benutzen wir nur graue Waffen! Oh nein Leute, ich hab was für den Duo an! Schau Leute! Was wir ändern hier? Null bauen! Solo! Leute, es geht los! Nur graue Waffen! Das gilt übrigens auch nur für die Lobby! Hahaha! Leute, bei mir hat es immer noch nicht geladen! Bei mir fehlen immer noch die Beine! Äh... Wo? Ich glaube, ich fehlen... Was? ... Ah, Leute. Es geht endlich los. Nur graue Waffen, Leute. Aha, jetzt habe ich die erste graue Waffe. Und sogar noch eine zweite. Leute, das macht nichts aus. Wir landen... Oh, boah. Wie landen wir denn? Einfach hier bei diesem Haus. So. Jetzt springen wir direkt ab. 99 Kilometer. Okay Leute, let's go. Oh. Oh. Leute, das erste richtige Video wieder. So. Da sehe ich doch nun gleich eine graue Waffe. Dämoni dürfen wir mitnehmen. Die ist grau. Die Leute Heilungen dürfen wir auch mitnehmen. Hier ist... Das gilt... Das gilt nur für... Waffen. Nur graue Waffen. Habe ich glaube ich aber auch in dem Intro gesagt. Also das ist nur graue Waffen. Ich habe nicht gesagt... Ähm... Graue Mut. Ja. Von daher... Ja. Unsere dritte Waffe. Gibt es hier im Keller. Ach schade. Wir müssen nach oben. Nein Leute... Leute. Haut mal kurz nicht hin. Gut Leute. Hallo. Hier erstmal Minis holen. Leute. Bitte verratet es keinem. Danke. Und das Liked deswegen nicht. Bitte. 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 Wieso... Ich bin ehrenlos. Und deswegen soll die keiner mitbringen. Deswegen will ich einfach mal mit... Hmm. Oh, ich wäre so fast tot gewesen. Och mann. Meine Möhre. Sie waren einfach tot. Leute, ich habe es überstanden. Was war das denn? War auch einfach so. So Leute, jetzt gehen wir nach unten. Wir müssen die Tone. Die Tone geht so. Wann dabei? Nein. Es geht so. Es ist nicht so weit. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Ich habe keine Kisten. Keine Kisten. Du. Mann. Mann. Mann, ich würde nicht gerne hier diese Garten die ganze Zeit benutzen, weil die ist so schlecht. Sie geht. Sie geht. Sie geht. Finde ich eigentlich. Aber dann noch. Aber in Grau. Oh. Oh, das ist echt ein bisschen super. Du. Wollen wir doch mal gleich. Und wir sollten. Ein Lammstil. Die Kisten kostet mich jetzt nicht. Ach nein, das ist cool geworden. Aber beim Boni wollen wir natürlich trotzdem mit. Ja. Das ist so cool. Das ist so cool. Wie geil läuft's mit Potsdam. Wir sind zwar noch ein Fäsel raus. Aber es ist uns egal. Oh, hier war ne Rappkotsduch. Das ist so mit. Okay Leute. Gehen jetzt wieder ins Auto rein. Das ist so schön. Das ist so schön. Ich hab das nicht gesehen. Aber ich hab da mal zusammen. Ich hab euch überhaupt alles gerutet. Ich weiß nicht. 3 5 6 7 10 11 11 13 14 15 16 16 18 20 20 22 23 25 25 25 26 25 26 27 29 28 29 29 30 30 30 30 30 31 33 35 41 42 45 42 42 43 43 44 Ob ich einfach nur dumm bin, oder ob ich auf beiden Augen dumm bin, oder ob ich auf beiden Augen dumm bin, oder ob ich einfach nur blind bin, äh, nee, überhaupt nicht witzig. Ich hab das mal mit meinen Freunden, die Schellen nicht gemacht, da hatte einer, nur ne, hatte der einfach alle drei goldene Waffen, also mythische Waffen, alle drei mythische Waffen, die es im Spiel im Battle Royale gibt. Leute, das könnt ihr auch noch mal nachsehen. Oh, da müssen wir so machen. Wir machen die Zunge. 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 Ja, was er denn mit dem? Ja, was er denn mit dem? Das ist eine große Herausforderung. Das war's für heute. Oh man Leute, Mist, schade Marmelade, alle sitzen im Grabe, Leute ich hoffe euch hat das Video gefallen und habt einen schönen Tag und tschau!